Was der Begriff Blattschuss bedeutet und welches unfassbare Geheimnis er in sich verbirgt, das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Let's go! Hallo liebe Jachtfreunde, mein Name ist Timo Gerd, Gründer der Jagdsteinakademie und Entwickler des Konzepts Jägerleben. Der Begriff Blattschuss kommt von dem früheren Trainingsschuss auf das Eichenblatt. Hört sich jetzt erstmal komisch an, ist aber so. Früher hat man gerade Anfänger auf ein Eichenblatt schießen lassen, welches ungefähr eine Handbreit hinter dem Schulterblatt der Rehbock-Scheibe montiert war. Das hat einfach den Sinn gehabt, dass der Anfänger sich voll und ganz auf die Technik der Schussabgabe konzentrieren konnte. Denn gerade Anfänger haben am Anfang das Problem, sich auf der Wildscheibe zu orientieren, weil zu viele Informationen auf sie einprasseln. Diesen Tipp, den haben wir in unser Schießtraining übernommen. Heute haben wir kein Eichenblatt mehr, sondern einen kleinen weißen Punkt, den wir mitten auf die Zehen kleben. Also, kleiner Profitipp, auch für Ausbilder, die vielleicht dieses Video hier sehen. Im Übrigen, solltest du noch weitere Fragen diesbezüglich haben, kannst du auch sehr gerne in unsere geschlossene Facebook-Gruppe kommen. Die heißt Ja, frag den Jagdschullehrer und die findest du hier oben in diesem Link. Wenn dir das Video gefallen hat und du noch sehr gerne weitere Videos dieser Art sehen möchtest, gebe diesem Video doch einen Daumen hoch, kommentiere das hier unten, schreib vielleicht auch den einen oder anderen Vorschlag, den ich dann für dich sehr gerne erläutern werde. Und solltest du das Ganze jetzt von deinem Handy ausschauen, dann klicke hier einfach auf das schwarze Dreieck, dann öffnet sich die Beschreibung und du kommst dementsprechend auch zu den kostenlosen Inhalten. In diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Horidorm Weidmannsheil, dein Timo von der Jagdschönakademie. Vielen Dank. Vielen Dank.